Das ist irgendwie unscharf. Heute war ja ein Maxi, wie wir unser Hausaufgaben helfen, besser machen können. Man nimmt jede einzelne Seite, nimmt Tesafilm und dann klebt man jede einzelne Seite zusammen. Nun kleben wir jede einzelne Seite zusammen. Hör auf! Das ist parallel eine diagonale Ägypten. Fertig ist das Hausaufgabenheft 2.0, geupgradet. Das geht gar nicht wegen dem Wind. Ja man, unsere Hausaufgaben werden brennen. Boah stinkt schon. Ja ich bin drin. Da ist jemand. Doch voll. Hier geht er. Ich mach das näher dran. Nein, ich wollte das Papier, damit es... Achso. Halt. Okay, das ist Zeit. Mach weiter. Nein, du hast jetzt den Öffnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.